Wer verbindet schon heute 250 deutsche Städte mit ultraschneller Glasfaser? Wer bietet in modernsten Rechenzentren tausenden Cloud-Servern ein sicheres Zuhause? Wer beschäftigt 8000 Mitarbeiter und macht Millionen Firmenkunden erfolgreich? Es ist... 1&1! Bei 1&1! Aber manchmal gibt es eben Dinge, die kann man am Telefon nicht regeln. Wie zum Beispiel... Deine Mutter! Hallo, ich bin Marcel Davies.